Kann ich den Rentenabschlag, den ich bei einer Rente wegen Erwerbsminderung erhalte, durch zusätzliche Beitragsleistungen wieder rückgängig machen oder zumindest teilweise ausgleichen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Wir haben eine Schnellfrage auf Rentenbescheid24d reinbekommen. Da ging es darum, dass unser Anfragender eine Rente wegen Erwerbsminderung erhalten wird oder denkt, dass er die erhalten könnte und er geht davon aus, dass die Rente wegen Erwerbsminderung 10,8% Abschlag hat. Und diese 10,8%, dieser Entgeltpunktewert, der sich dahinter verbirgt, den möchte er praktisch im Grunde genommen, also diesen Rentenverlust möchte er mit besonderen Ausgleichszahlungen, Ausgleichszahlungen, Beitragsleistungen an die Rentenversicherung ausgleichen. Also die möchte er dahin zahlen und möchte sozusagen damit sicherstellen, dass seine EM-Rente keinen Abschlag hat. Meine Damen und Herren, das ist grundsätzlich rechtlich nicht möglich. Ausgleichszahlungen zum Verlust einer Rentenminderung für die Inanspruchnahme einer vorgezogenen Rente, ich sage das wirklich so, Rente, ist nur bei einer Altersrente möglich. Und zwar bei einer vorgezogenen Altersrente, die ich vor der Regel Altersgrenze in Anspruch nehme. Und zwar immer eine solche Altersrente, die ich mit Abschlag in Anspruch nehmen kann oder muss. Und zwar die Altersrente für langjährig Versicherte oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Eine Rente wegen Erwerbsminderung, auf die ich einen Abschlag erhalte, zum Beispiel 10,8 Prozent, das ist das Maximum. Diesen Abschlag kann ich grundsätzlich nach den rechtlichen Bestimmungen des § 66 SGB VI nicht durch besondere Ausgleichszahlungen oder Beitragsleistungen, zusätzliche Beitragsleistungen zur Rentenkasse wieder teilweise oder vollständig rückgängig machen. Das ist rechtlich nicht möglich, denn diese Möglichkeit besteht nur bei den von mir genannten beiden vorgezogenen Altersrentenarten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.